Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Hier präsentiere ich euch die Nike Swift Capri Lauftight. Die Nike Swift Laufhose verbindet Exklusivität mit Strapazierfähigkeit. Durch verschiedene Grafikapplikationen, die zur Unterstützung der für das Laufen wichtigsten Muskelgruppen strategisch platziert sind, besitzt die Swift Capri Hose eine körperbetonte Passform für ein Maximum an Mobilität ohne Ablenkung. Dank des 3-Fit-Materials wird die Feuchtigkeit von der Haut weg transportiert und hält sie somit angenehm trocken. Das Nike Swift Design gibt dir die Unterstützung und Performance dort, wo sie am wichtigsten ist. Die Gelenkkonstruktion in den wichtigen Bereichen verbessert die Mobilität und gibt dir eine große Bewegungsfreiheit. Die komprimierende und körperbetonte Passform der Tide erzeugt ein gutes Körpergefühl. Auf der Rückseite befinden sich zwei Taschen. Zum einen eine gegen Körperfeuchtigkeit laminierte Reißverschlusstasche und zum anderen eine offene Tasche, in der ein MP3-Player praktisch verstaut werden kann. Außerdem sind die Taschen mit reflektierendem Material versehen und sorgen so in Kombination mit anderen Applikationen für eine bessere Sichtbarkeit bei Läufen, in der Dämmerung oder bei Dunkelheit. Höchste Funktion kombiniert mit unterstützendem Design. Das bietet dir die Nike Swift Capri Laufhose. Sie ist erhältlich in allen Runners Point Filialen oder bei uns im Online-Shop unter www.runnerspoint.com. 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 www.runnerspoint.com.